Hier haben wir das aufrechte Rudern mit der SZ-Stange. Wir haben da zwei Varianten, die man machen könnte. Einmal, man nimmt den engen Griff oder den weiten Griff. Ich bevorzuge den engen Griff, ich komme einfach höher. Bei der Ausführung achte ich wirklich darauf, dass ich bis kurz unter das Kinn komme und dann die SZ-Stange wieder runtersetze. Muskulatur wird da angesprochen, und zwar der Trapezmuskel, Nackenmuskulatur, wie den Stirnacken zu bekommen. Und natürlich den hinteren Part von der Schulter. Das macht natürlich von hinten, wie man da auch sieht, eine schöne Form von oberen Anteil vom Rücken.